Mitten in der Altstadt von München im sogenannten Hackenviertel liegt der Georg-Kroner-Witter-Platz. Er ist nur wenige Gehminuten vom Marienplatz entfernt und ist zwischen Fäbergraben und der Fürstenfelder Straße eingebettet. Bekannt ist er vor allem durch das City-Hirmer-Parkhaus und das ehemalige Postgebäude. Vom Besuchern der Altstadt wird er derzeit wenig wahrgenommen. In den letzten Jahren gab es hier zur Belebung schon einige bauliche Entwicklungen. So eröffnete zum Beispiel 2013 auf dem ehemaligen Areal der Süddeutschen Zeitung die anliegende Hofstadt als Passage, die zur neu gestalteten Fußgängerzone in der Sendlinger Straße hinüberführt. Der Platz ist auch bekannt unter dem Namen Sattlerplatz, wurde aber im Herbst 2018 offiziell in Georg-Kroner-Witter-Platz umbenannt. Der Namensgeber ist Altbürgermeister der Landeshauptstadt München, Georg-Kroner-Witter, der 2016 verstarb. Für den Bereich um den Georg-Kroner-Witter-Platz herum wird derzeit ein Bebauungsplan erstellt. Dieser Bebauungsplan soll vor allem die neue Lage und die Größe der Straßen und der Platzräume neu ordnen, nämlich dann, wenn das Parkhaus abgerissen werden wird und dort neue Gebäude gebaut werden. Der Bebauungsplan selber wird für die Gebäude festlegen, wie hoch sie sein werden, welche Nutzungen dort möglich sind und wie sie erschlossen sein werden. Wir als Verwaltung haben nun einen ersten Entwurf erstellt von diesem Bebauungsplan und den werden wir jetzt der Öffentlichkeit präsentieren. Für die städtebauliche Entwicklung am Georg-Kroner-Witter-Platz erstellt die Stadt München im Rahmen der Bauleitplanung gemäß 13a BauGB einen Bebauungsplan mit Grünordnung im beschleunigten Verfahren. Eine Umweltprüfung ist in diesem Fall nicht vorgesehen. Im derzeitigen Verfahrensstadium des Bebauungsplans wird die Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie über die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichtet. Alle haben zudem die Möglichkeit, sich innerhalb des Zeitraumes vom 9. September 2020 bis zum 9. Oktober 2020 zur Planung zu äußern. Alle Unterlagen für die Unterrichtung liegen an folgenden städtischen Dienststellen zur Einsicht bereit. Mehr Informationen finden Sie auch unter www.münchen.de-auslegung. Der gesamte Bereich hier um den Georg-Kroner-Witter-Platz und die Sattlerstraße soll ja neu geordnet werden und neu gestaltet werden. Es sind hier städtische Grundstücke, die neu strukturiert werden können. Das bietet große Chancen, hier neue Qualitäten und eine neue Interpretation des Stadtraumes in der Altstadt zu finden. Möglich wird das Ganze dadurch, dass das oberirische städtische Parkhaus abgerissen werden wird. Dafür hat der Stadtrat schon vor vielen Jahren die Weichen gestellt, indem er den Schwerpunkt für die Altstadtparkplätze und für die Innenstadt eher an den Rand der Altstadt verlegt sehen möchte. Dieser Raum, der geschaffen wird, wenn die Autos hier nicht mehr präsent sind, soll den Fußgängerinnen und Fußgängern und den Radfahrenden zur Verfügung gestellt werden und auch bietet viele Möglichkeiten, hier auch mehr Grün in die Altstadt zu bringen, was unter den Zielen des Klimaschutzes ein ganz wichtiges Thema unserer Zeit ist. Zentraler Bestandteil der jetzigen Darlegung ist der Erörterungstermin. In dem Erörterungstermin können alle Bürgerinnen und Bürger nochmal Nachfragen zur Planung stellen und können sich auch äußern zu dieser Planung. Initiator und Moderator dieses Erörterungstermin ist der Bezirksausschuss. Wir haben gemeinsam vereinbart mit dem Bezirksausschuss, dass wir diese Erörterungsveranstaltung machen. Es findet auch unter Leitung der neuen Bezirksausschussvorsitzenden Frau Stadler-Bachmeier statt. Und in diesem Termin, der erstmalig Covid-19 bedingt als digitaler Termin stattfinden wird, wird es eine interaktive Möglichkeit geben, Fragen zu stellen oder entsprechend zu äußern, die dann in der Veranstaltung direkt live mit aufgegriffen werden. Die Teilnahme am digitalen Erörterungstermin ist einfach und für alle offen. Besuchen Sie am 30. September ab 19 Uhr www.publicdialog-geog-kronawitter-platz.de und nehmen Sie am ersten digitalen Erörterungstermin in München teil. Wir freuen uns auf Sie!